Liebe Leute, jetzt ist es Zeit, endlich mal Nachfuhrenze. Danke an alle Wettbewerbs zu sagen, wir uns hier zu unserem Brotzeit gratulieren. Ja, ihr könnt ruhig lauter sein. Und eins lasse ich persönlich mir einfach nicht nehmen, eine meiner Lieblingsbands und vor ungefähr 13 Jahren meine Lieblingsbands hier persönlich anzusagen. Nach 13 Jahren das einzigste Mal wieder auf der Bühne. M.O.L. 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 Ich bin jetzt fast im Fernsehen, denn du bist der Schlimmang. Aber du weißt, du holst es mal, es ist mir leid. Und wenn du dich in den Mann, du und ein, du weißt, wenn du dich in den Blumenkern. Geh den Tor ab, da war ich nicht mein Ziel. Ich bin aufgestrahlt, denn du bist aber schuld. Und wenn alle mehr, du bist auf den Mann verlieren. Du bist auf den Mann verlieren. Wir haben es nur so leid. Keine Frage, die jaschen, die wir sind, weil er heilen wird. Keine Angst, wenn du verhast. Keine Frage, wo ich nur halb. Ich bin fast im Mann, weiter wie die Nacht, wie Mann. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Guten Abend, guten Abend!